Sodale, keine Bastelzeit, sondern mal kurz eine Information zwischendrin. Und ja, betrifft euch hauptsächlich, wenn ihr Zeug bestellt, was nicht aus der EU kommt. Ja, ich denke mal, die meisten Elektronikbastler wissen, wenn es darum geht, irgendwie Sensoren zu bekommen oder teilweise sogar Bauteile. Da sieht es in Europa relativ dünn aus mit Lieferanten, die das an Privatpersonen verkaufen. Wenn man da direkt aus China bestellt, hat man häufig eine größere Auswahl und meistens auch bessere Preise. Oder wenn es um Ersatzteile geht, kommt man meistens nicht drumherum aus Amerika oder auch UK zu bestellen. Einfach weil da größere Märkte sind, die sowas anbieten. Ja, das ist alles außerhalb der EU und für Sendungen außerhalb der EU hat sich zum 1.7. eine Menge geändert. Und zwar was den Zoll für Privatleute angeht. Ja, für die, die es nicht wussten, gerade nochmal Zusammenfassung. Wie war es denn früher vor dem 1.7.? Da war es so, dass Lieferungen unter 22 Euro, die aus dem Ausland kamen, prinzipiell erstmal frei waren. Gibt ein paar Ausnahmen, aber bei Elektronikzeug könnt ihr relativ sicher sein, wenn es unter 22 Euro ist, konntet ihr einfach bestellen und es kam einfach so bei euch zu Hause an. Zwischen 22 Euro und 150 Euro wurde die sogenannte Einfuhr-Umsatzsteuer fällig, das heißt also 19%. Wie die fällig wird, kommt ganz darauf an. Da gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, es ist eine Brieflieferung per DHL und ihr habt euch da nicht gemeldet. Das führt dazu, dass DHL das für euch verzollt. Das heißt, die machen den ganzen Papierkram mit dem Zoll. Dann müsst ihr entweder an der Haustür oder in der Postfiliale das Ganze dann noch bezahlen. Das heißt, ihr zahlt bei dem Erhalt der Ware 19%, allerdings plus dann noch eine Bearbeitungsgebühr im Falle von DHL üblicherweise 6 Euro. Das heißt also, gerade wenn ihr dann Kleinkram habt, der irgendwie einen Wert von 25 Euro hat und die Steuer dann nochmal da drauf kommt mit etwa 5 Euro, und dann kommen nochmal 6 Euro an Bearbeitungsgebühr von DHL drauf, was dann halt den Preis doch gewaltig in die Höhe treibt, sodass wir statt 25 Euro plötzlich 35 Euro zahlen müssen. Ja, nicht so dolle. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr euch als sogenannter Selbstverzoller registriert. Das geht entweder über die Webseite von DHL oder einfach per E-Mail, ist relativ formlos. Ihr schreibt einfach in Hallo, ich möchte Selbstverzoller werden, meine Adresse ist XYZ. Dann vermerkt DHL in ihrem System, okay, der möchte nicht, dass wir dafür den Papierkram machen. Das führt dazu, wenn so eine Sendung kommt, geht sie zum Zoll oder ging sie zum Zoll, wurde da abgelegt und dann habt ihr eine Post bekommen vom Zollamt. Hallo, komm mal bitte vorbei. Ist dann vorbeigefahren, wurde begutachtet, der Wert wurde ausgerechnet oder anhand von der Rechnung müsst ihr den belegen. Habt dann das Geld bezahlt und konnte dann nach Hause gehen, üblicherweise mit der Ware. Natürlich nur, wenn sie in Deutschland auch legal ist, versteht sich ja von selber für alles. Vorteil bei dieser Sache ist, ihr habt nicht die 6 Euro Zollgebühren oder Verzollungsgebühren von DHL, sondern ihr zahlt wirklich nur die 19 Prozent Einfuhrumsatzsteuer, üblicherweise. Das ist gerade dann interessant, wenn das nächste Zollamt halt nah dran ist. Wenn ihr natürlich irgendwie 60 Kilometer zum Zoll fahren müsst, dann können die 6 Euro Sinn machen. Aber naja, müsst ihr dann selber entscheiden. Die dritte Möglichkeit ist die Übersehens. Das heißt, ihr kriegt die Ware nach Hause. Rechtlich seid ihr in diesem Fall verpflichtet, euch beim Zoll zu melden, zu sagen, Hi, euch ist da was durchgerutscht. Das hätte die 19 Prozent noch abziehen sollen. Und ja, andernfalls ist das Steuerhinterziehung. So, aus meiner Erfahrung muss ich euch sagen, es ist natürlich Steuerhinterziehung, wenn man das nicht tut. Wenn man es aber tut, gucken die beim Zoll sehr komisch. Anscheinend gibt es also relativ wenig Menschen, die das gemacht haben. Na gut, sie haben es am Ende gemacht. Ich hatte damit keine Probleme. Und ja, dann haben wir auch des Zollzeugs erledigt. Das war jetzt, wie gesagt, 22 bis 150 Euro. Über 150 Euro sieht es nochmal anders aus. Da kommt dann die Bürokratie komplett durch. Und zwar kommen da einmal die 19 Prozent, also alles wie gehabt, plus die Zollgebühren. Die Zollgebühren sind aber nicht fix, sondern ihr müsst nachgucken, in welche Produktkategorie das Produkt gerade fällt und aus welchem Herkunftsstand es kommt. Und danach kann man das dann ausrechnen. Problem an der Sache ist, diese Produktkategorien, die sind wohl schon etwas älter. Also gerade wenn man moderne Technik bestellt, muss man da teilweise sehr kreativ werden, in welcher Kategorie man das einsortiert. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe ja diese Wufin, das ist so wie Google Glass, also im Prinzip so ein Ding, was man an die Brille dran macht und dann so einen kleinen Bildschirm vor der Nase nochmal hat, wo man dann sich was einblenden kann in Sichtfeld. Das hatten wir am Ende beim Zoll deklariert als, was war es, Projektor zur Maschinensteuerung. Einfach, weil so etwas absolut nirgendwo vorgesehen war. Ich verlinke euch unten auch diese Webseite von der EU, da kann man die Listen nachgucken. Das heißt also, wenn euch das interessiert, kann man da gucken. Wie gesagt, das, was ich bisher erzählt habe, war alles vor dem 1.7. Seit dem 1.7. ist das anders. Und zwar haben sich da zwei Sachen geändert. Nummer 1. Die 22 Euro gibt es nicht mehr. Das heißt, ab dem 1. Cent müsst ihr jetzt 19% Einfuhrumsatzsteuer zahlen. Ihr gebt noch ein paar Sternchen. Offiziell, solange die Steuer unter 5 Euro ist, wird es eigentlich nicht berechnet. Jada, jada, jada. Müsst ihr dann mit eurem Zoll klären. Heißt aber, dass im Zweifelsfall auch Lieferungen unter 22 Euro jetzt durch den Zoll durchgehen. Und DHL sagt, hallo, 6 Euro bitte. Das heißt also, aufpassen bei sowas kann schnell teuer werden. Auch hier gilt, was ich eben gesagt habe. Ihr könnt euch als Selbstverzoller anmelden. Dann geht es zum Zoll. Und auch da hätte es eine Neuigkeit geben sollen. Es gibt nämlich die Webseite zollportal.de. Da kann man sich inzwischen auch als Privatkunde registrieren. Kann sich da eine Nummer geben lassen. Und dann sollte es eigentlich möglich sein, ab dem 1.7. die Sachen online zu verzollen. Dass ihr einfach dann, keine Ahnung, die Rechnung zum Beispiel hochladet oder eure Kreditkartenauszug. Und das dann quasi remote geht. Ihr schickt es einfach hin. Der Zoll schickt es per Post zu euch weiter. Und die Zollgebühr würde nicht anfallen. Problem an der Sache. Naja, das ist vom deutschen Zoll. Also einer Behörde. Ein Behördenprojekt, was mit IT zu tun hat. Seit wann werden die fertig? Richtig. Es ist nicht fertig geworden. Es wird im Moment erwartet, dass es 2022 einsatzfähig sein wird. Also fürs Erste seid ihr nach wie vor damit beschäftigt, entweder 6 Euro zu zahlen oder zum Zoll zu fahren. Der zweite große Punkt, der sich geändert hat, das betrifft erstmal nur Händler. Aber die Händler geben uns ja alles weiter. Von daher natürlich auch den Käufern. Das ist das sogenannte IOS-System. I-O-S-S. Das ist das sogenannte Import-One-Stop-Shop-System. Das ist etwas, was sich die EU ausgedacht hat. Und ich muss sagen, gefällt mir. IOS heißt, dass der Händler im Ausland vorab die Ware anmelden kann und die Mehrwertsteuer abführen kann. Oder Einfuhr-Umsatzsteuer. Sorry. Einfuhr-Umsatzsteuer ist es ja. Das heißt also, ihr könnt zu einem ausländischen Shop gehen, könnt da kaufen und wenn der da mitmacht, rechnet der am Ende die 19% automatisch drauf. Ihr habt die Steuer schon bezahlt und es geht direkt durch den Zoll bis zu euch nach Hause. Keine Diskussion groß mit dem Zoll üblicherweise. Keine Diskussion mit DHL, keine Bearbeitungsgebühren. Ist alles vorab abgefertigt. Ausnahme, das gilt nur für Waren bis 150 Euro. Bei Waren über 150 Euro bleibt alles beim Alten, dass ihr gegebenenfalls noch die Zollgebühren zahlen müsst. Warum ist das interessant? Naja, anscheinend haben sehr viele Händler sich gedacht, klingt nach einer guten Idee. Und sehr viele Große machen damit. Ich selber habe es jetzt in den letzten Tagen schon bei AliExpress und bei Ebay gesehen. Und das ist natürlich ganz praktisch, wenn man jetzt da einfach in den Shop gehen kann, sich was zusammenklicken kann, bestellen kann und sich keine Sorgen machen muss, dass das Ding irgendwie beim Zoll dann nochmal aufschlägt und man da die Gebühren noch hat von DHL. Setzt natürlich voraus, dass das Ganze richtig deklariert wird. Aber gerade bei AliExpress oder auch Ebay habe ich da relativ wenig Bedenken, weil das halt nicht die eigentlichen Verkäufer sind, sondern Dienstleister für Transport und Versand und Blafu. Das heißt also, die haben nichts davon da zu betrügen. Von daher machen die das wahrscheinlich auch eher nicht. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, aber prinzipiell sollte das eigentlich Pi mal Daumen passen. Und ihr bekommt ja auch eine Rechnung. Das heißt, ihr habt dann auch irgendwie was zum Nachweisen. Es gibt einen einzigen Nachteil und zwar, wie gesagt, in Deutschland gibt es da noch diese 5 Euro Freigrenze. Die wird von iOS nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn der Shop mitmacht, gilt es ab dem ersten Cent. Das heißt auch bei AliExpress oder so, wenn ihr da etwas für 50 Cent einkauft, wird automatisch die 19% Steuer abgeführt. Soviel zu dem Thema. Gerade noch eine andere Info, wenn wir schon bei AliExpress sind. Und zwar AliExpress hat ein bisschen ausgebaut. Und zwar haben die in Lierz oder Lüttich heißt es ja auf Deutsch, das ist eine Stadt in Belgien, ein bisschen sehr viel ausgebaut. Und zwar haben die da ein Versandzentrum oder Logistikzentrum hochgezogen. Aktuell sind das 30.000 Quadratmeter, diese da über ihr Kaijanao, deren Logistiksparte auf jeden Fall gebaut haben. Es gibt noch da Optionen, das Ganze auf 220.000 Quadratmeter zu erweitern. Und Ziel ist es offensichtlich, dass die AliExpress-Sendungen, die über das AliExpress-Shipping laufen, in unter 10 Tagen in Deutschland ankommen. Es gibt natürlich auch da Ausnahmen, so Economy Saver. Aber wenn ihr in letzter Zeit bei AliExpress bestellt habt, werdet ihr eventuell gemerkt haben, dass die Versandzeiten teilweise schneller geworden sind. Und dass teilweise auch es so ist, dass wenn ihr bei mehreren Händlern bestellt, die Dinger von AliExpress selber nochmal in ein Paket gepackt werden und dann zusammen verschickt werden. Was dann so abläuft, dass AliExpress das bis Lüttich transportiert. Da dann wieder entsprechend umsortiert und euch dann von Lüttich aus das Ganze per Post zuschickt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das rechtlich aussieht, weil bei mir kommt dann ja rechtlich gesehen das Paket aus Lüttich an, also innerhalb der EU und zollfrei. Ich würde aber im Zweifelsfall da, wenn ihr Sachen über 150 Euro, wo dann ja jetzt auch noch zollfällig würde, bestellt, würde ich das an eurer Stelle nochmal vorher oder nachher mit dem Zoll klären. Einfach gerade anrufen, fragen, hier, passt mal auf, so und so. Also ich habe es in China bestellt. Ich weiß, es ist aus China geliefert worden. Es kam aber aus einem europäischen Versandzentrum. Gut, genug gequatscht. Ihr seid jetzt, denke ich, wieder auf dem aktuellen Stand. Wisst, was sich da geändert hat und ja, ich kümmere mich mal wieder um richtige Videos. Das war's. Das war's.